Sie greifen ein, wenn es für alle anderen zu gefährlich ist. Sie können sich blind aufeinander verlassen. Sie sind die Spezialeinheit der Hamburger Polizei. Das letzte Mittel im Kampf gegen Schwerkriminelle. Ihre Chefin ist eine Frau. In Deutschland die erste in der Kommandoführung. 5 Uhr früh. Im Morgengrauen bereitet ein SEK-Team der Hamburger Polizei den Einsatz vor. Das Kommando hat Alexandra Klein, Codename Berti. Die Truppe soll einen mutmaßlichen Gewalttäter in seiner Wohnung entwaffnen. Sie plant einen Überraschungscrew. Das Team ist hochkonzentriert. Ein letztes Mal sprechen sie den Einsatz durch. Damit sie niemand erkennt, ziehen sich die Männer Sturmhauben über. Während die Truppe ihre Schutzkleidung anlegt, fällt kein überflüssiges Wort. Wie bei jedem Einsatz stehen für alle Fälle Rettungswagen bereit. Möglichst unauffällig nähert sich die Gruppe dem Haus. Bis hierhin können wir sie begleiten. Wie sich die Polizisten Zutritt zur Wohnung verschaffen, dürfen wir nicht drehen. Die Kommandoführerin hält draußen Funkkontakt. Jetzt wartet Alexandra Klein auf eine Meldung aus der Wohnung. Ist der Tatverdächtige unter Kontrolle? Wie viele Personen sind dort? Wurde jemand verletzt? Ja, super, danke. Du kannst nach vorne kommen. Wir haben zwei männliche, vermutlich die Zielperson, eine weibliche und zwei Kinder. Ihr könnt sofort übernehmen. Jo, tschüss. Das SEK hat die Wohnung unter Kontrolle. Jetzt übernehmen die Kollegen von der Kripo die Zielperson, wie es im Polizeijargon heißt. Außerdem durchsuchen sie die Räume nach Waffen. Das Einsatzkommando hat seinen Job erledigt. In nur fünf Minuten konnte es die Wohnung für die Kollegen der Kripo sichern. Das SEK rückt ab. Für Alexandra Klein und ihr Team ist vor allem wichtig, dass es mit den Kindern keine problematischen Zwischenfälle gab. Wir wussten, dass Kinder in der Wohnung sind. Das ist nicht schön, aber manchmal lässt sich das nicht ändern. Und es hat sich dann auch sehr schnell wieder beruhigt. Das ist für uns dann auch ein guter Moment, wenn sich das schnell wieder in der Wohnung beruhigt. Insofern machen wir das Lager angepasst. Also wenn wir sehen, dass das Kind nicht zu beruhigen ist. Also wir wollen Mutter und Kind sehr schnell wieder zusammenbringen. Das ist immer eine ganz wichtige Sequenz beim Einsatz. Und ansonsten nehmen wir auch Helm und Maske ab. Und wenn gar nichts geht, dann versuche ich mein Glück. Aber das war hier nicht notwendig. Nach dem Einsatz ziehen sich alle in ihre Dienststelle zurück. Den Turm, wie sie das Gebäude nennen. Wo er liegt, ist geheim. Zutritt normalerweise nicht gestattet. Für uns macht die Polizei jedoch eine Ausnahme. Zum ersten Mal kann ein Fernsehteam den Turm betreten. Die Bedingung? Kollegen, die draußen eingesetzt werden, dürfen nicht zu erkennen sein. Jeden Tag trifft sich die Führungsriege zur Besprechung. Der Morgenlage. Hier werden Einsätze von SEK und MEK geplant. Dem mobilen Einsatzkommando. Nur in Hamburg gehören beide Einheiten zu einer Dienststelle. Mehr als 100 Mitarbeiter zählen dazu. Die Spezialeinheiten ermitteln nicht von sich aus. Sie bekommen ihre Fälle vom Landeskriminalamt. Und werden von der Schutzpolizei zur Unterstützung angefordert. Alexandra Klein ist 43 und seit 20 Jahren bei der Polizei. Die gelernte Hotelfachfrau kam als Quereinsteigerin zur Kripo. Ermittelte gegen Vergewaltiger und Rocker. Sie stieg als erste Frau in Deutschland zur Stellvertreterin in die Kommandoführung der Spezialeinheiten auf. Ein weiblicher Boss in einer Männerwelt. Wenn einen das nervös macht und man sagt, ich habe jetzt einen ganz anderen Maßstab, ich muss jetzt 150-prozentig und ich darf dies nicht und ich darf jenes nicht. Dann schleichen sich Fehler ein. Ich musste mich irgendwann damit arrangieren, dass ich anders angeschaut werde, dass das, was ich sage, auch anders bewertet wird. Also ich glaube, ich habe mir schon einen härteren Ton angewöhnt und ich habe mir manchmal auch eine andere Sprechweise angewöhnt. Am Nachmittag gibt es in der Zentrale etwas zu feiern. In der Führungsspitze steht ein Personalwechsel an. Die komplette Mannschaft erscheint. Die Dienststelle wird von zwei Beamten geleitet, dem Kommandoführer und seiner Stellvertreterin. Jetzt geht der Chef in Elternzeit und wechselt dann in eine andere Abteilung. Nach seiner Verabschiedung übernimmt Alexandra Klein seinen Posten. Aber Berti ist ja hier auch kein Neuling. Sondern hat früher schon einmal gezeigt und auch in den vergangenen anderthalb Jahren, dass sie etwas von dem Geschäft versteht. Ich wünsche euch und dem Kommando alles Gute, erfolgreiche Einsätze und dass immer alle gesund daraus zurückkehren. Nun ist die Frau mit dem Codenamen Berti die Nummer eins. Der nächste Morgen. Noch ist es ruhig in der Dienststelle. Geplante SEK-Einsätze sind nicht vorgesehen. Doch eine der Gruppen ist immer in Bereitschaft, falls es in der Stadt oder den benachbarten Bundesländern zu Schießereien, Geiselnahmen oder ähnlichen Gefahrenlagen kommt. Mit dem neuen Posten bekommt Alexandra Klein auch ein größeres Büro. Das bedeutet Umzug. Einige Erinnerungsstücke stammen noch aus den Jahren, als sie selbst in Schutzmontur und schwer bewaffnet im Einsatz war. Ja, das ist der halbe Revolver. Den bekommt man im Kommando, wenn man fünf Jahre hier Dienst verrichtet hat. Im Moment bekommt man ihn nicht mehr, aber früher war es so und das ist immer ein besonderes Zeichen von der Spezialeinheit. Dieser Stern aus Alufolie, welche Bedeutung hat der? Ja, da gibt es eine Geschichte zu. Und zwar hat man mir tatsächlich den Stern abgebrochen vom Fahrzeug. Und das hat natürlich irgendwie nicht für Begeisterung bei mir gesorgt. Naja, das hat dann ein bisschen gedauert, um ihn in die Werkstatt zu bringen. Und als ich dann abends zu meinem Fahrzeug gekommen bin, klebt wie dieser Stern auf der Mutterhaube. Und ich fand das eigentlich sehr erfreulich. Ich habe ihn natürlich abgemacht, keine Frage, aber ich fand, das war eine sehr nette Geste. Und wann hat sie das gemacht? Hat er den Regen gebastelt? Erst wusste ich es nicht, das war auch ein Geheimnis und dann durch Nachfragen habe ich es dann aber rausgekriegt. Das waren die Kollegen, oder? Ja, ja, das waren die Kollegen. Klein, ganz kurz, Ortruthstraße, da geht's hin. Der EB-Führer kann schon mal nach unten kommen. Die Schutzpolizei braucht Unterstützung. Ein bewaffneter Mann bedroht Passanten und Polizisten. Und sag mal, hat er schon was polistechnisch auf dem Zettel? Laut Polizeiregister ist der Täter wegen Landfriedensbruch vorbestraft. Die Chefin koordiniert jetzt den Einsatz von ihrem Büro aus. Okay, soll mir reichen? Soll mir reichen, die EB schicke ich sofort raus. Ja? Okay. Innerhalb von Minuten ist die Truppe startklar. Noch hält sich das SEK-Team abseits. Es will den Täter nach Möglichkeit überraschen. Die Kollegen von der Schutzpolizei haben die Straße rund um den Flachbau abgeriegelt, in dem sich der Mann mit einem Gewehr verschanzt hat. Gehen Sie bitte rein. Die Fenster. Für Einsätze gegen schwerbewaffnete Täter sind die Beamten der Schutzpolizei nicht ausgebildet. Sie sichern das Gelände und lassen niemanden durch. Auch uns nicht. Ein letzter Materialcheck. Bob Lindberg bekommt seine Informationen von Alexandra Klein aus der Zentrale. Er ist ihr neuer Stellvertreter und leitet den Einsatz. Möglicherweise ist der bewaffnete Mann psychisch krank. Noch wissen sie nicht, ob er sich allein in der Wohnung aufhält, ob er einen Komplizen hat oder andere Personen bei ihm sind. Während sich das SEK im Gebäude orientiert, herrscht draußen angespannte Stimmung. War das ein Schuss? Oder haben die SEK-Leute nur einen Knallkörper zur Abschreckung gezündet? Minuten der Ungewissheit. Noch ist unklar, ob es Verletzte gibt. Alle warten jetzt auf eine Nachricht vom Einsatzführer. Dann gibt Bob Lindberg Entwarnung. Alles ist gut gegangen. Der Einsatzleiter informiert die Zentrale. Der Täter wurde überwältigt und entwaffnet. Nun macht das SEK Platz für die Schutzpolizisten. Sie können jetzt in die Wohnung und den Mann, der sie zuvor bedrohte, übernehmen. Wir würden hier relativ fix vom Hof fahren, also abrüsten und an den Turm fahren, bitte. Ausrüstungsgegenstände bitte jetzt noch mal überprüfen, ob irgendwas fehlt. Und ansonsten schnell weg hier. Erleichterung auch beim Einsatzleiter. Wir sind vorgezogen, haben dort die Wohnung aufgeklärt, sind dann in die relativ kleine Wohnung eingedrungen, haben die Person dort angetroffen, haben zuvor einen Knallkörper dort geworfen und haben die Person festgenommen und ohne Verletzung dann an die Kollegen der Schutzpolizei übergeben. Gegen den Rentner wird jetzt wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Bedrohung von Polizisten ermittelt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden die Beamten das Gewehr und eine Pistole. In der Zentrale muss Alexandra Klein gleich die neuen Anwärter für die Spezialeinheiten begrüßen. Sie feilt noch an ihrer Rede. Wie hart die Ausbildung ist und dass man sich manchmal fragt, will ich das, weiß sie aus Erfahrung. Ich möchte sie auf keinen Fall abschrecken, aber so ein bisschen beruhigen, dass das auch normal ist, dass diese Fragen kommen. Weil es ist nicht alles schön, was man da so empfindet in so einer Grundausbildung. Ihre eigene Ausbildung in der Spezialeinheit liegt jetzt zwölf Jahre zurück. Sie kam damals vom Landeskriminalamt, war dort für Sexualdelikte zuständig. Auch die neuen Bewerber sind keine Anfänger mehr, sondern gestandene Polizisten. Dennoch werden nicht alle die Ausbildung durchhalten. Es ist jetzt soweit, Kollegen. Ihre innere Stimme wird irgendwann sagen, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, das ist alles Schwachsinn, was ich hier mache. Sparen Sie sich diese Energie. Sie müssen da durch, sonst werden Sie kein Spezialagent werden. Timmy, magst du mal nach vorne kommen? Ach, du bist ja schon da. Sie gehören jetzt dir. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, auch im Namen von Herrn Köhler, wenn er heute nicht da sein kann. Zeigen Sie, was in Ihnen steckt. Lernen Sie, setzen Sie das Erlernte um und zeigen Sie, dass Sie es wert sind, die Schwinge zu bekommen. Die Schwinge auf der Uniform ist bundesweit das Erkennungszeichen der Spezialeinheiten. Die Kommando-Führerin zeigt uns Videos von ihrer Ausbildung im Sommer 2002. Ja, es geht schon gleich ganz gut los. Ja, es geht normal. Bei 30 Grad im Schatten und in voller Montur den Transporter schieben. Eine Tortur. Da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. Vor allen Dingen war die Ansage, er darf niemals stehen bleiben, der Wagen. Und leicht war er auch nicht. Bei dem Haus, also wenn ich das jetzt so sehe, da habe ich sogar noch den Geruch in der Nase. Wir haben tagelang in diesem Haus trainiert. Das war leerstehend. Das war leerstehend. Und entsprechend war es innen drin auch. Und das muss auch schon lange leerstehend gewesen sein. Das hat einen sehr modrigen, gammligen Geruch. Und tagelang, tagelang waren wir in diesem Gebäude. Machst du die Schippe leer? Auf die Krähe! Auf die Krähe! Sicher an, sicher an! Nee, zieh dich noch weiter nach vorne. Alles weiter vorne. Sie steckt mittendrin, dirigiert die Kollegen und behält den Überblick. Das war schon damals so. Das war ganz besonders. Ganz besonders. Das war Höhentraining per Excellence. Und auf diesem Turm muss man auch mal gestanden haben. Der geht nämlich nicht gerade nach unten. Die gibt es ja leider nicht mehr. Sondern der war so ein bisschen wie so ein eingezogener Bauch. Und die Übung war, wenn man drauf stand, sich so vorzubeugen, dass man den Fuß sehen kann. Also, was tatsächlich vor dem Turm passiert. Das war sehr besonders. In den Einsatzgruppen kommt man sich oft sehr nah. Was ist, wenn sich Kollegen ineinander verlieben? Wenn man sich bei einer Spezialeinheit zum Beispiel vorstellt, da ist der eigene Partner gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation oder einer sehr gefährlichen Situation, kann das auf den Einsatzwert des anderen reflektieren. So realistisch sollte man schon sein. Und die Gruppen arbeiten so eng zusammen. Also, meine Einstellung ist, diesen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und das nicht zu machen. Am nächsten Tag verfolgen mehrere Wagen des mobilen Einsatzkommandos MEK zwei Bankräuber nach einem Überfall. Die Täter sind in einem silbernen Kombi unterwegs. Der Einsatz ist nur eine Übung. Sie soll möglichst realistisch ablaufen. Deshalb stehen die Polizisten in ständigem Kontakt mit der Zentrale. Alexandra Klein leitet das Manöver von der Befehlsstelle aus. Solche fingierten Fälle trainieren sie häufiger. Genau, ich hab die vier Täter aber noch nicht. Gelächter zu hören, die Situation... Auch die Rolle der Bankräuber haben Polizisten übernommen. Wie im Ernstfall melden die Verfolger alle neuen Erkenntnisse an die Befehlsstelle und erhalten von dort Informationen und Anweisungen. Auch wenn es nur eine Übung ist, muss das MEK so unauffällig wie möglich agieren. In der Zentrale werden inzwischen erste Infos zu den Tätern ausgewertet. Wie im echten Leben. Um nochmal alles zusammenzufassen, was wir bis dato wissen. Die Polizisten werten Bilder von Überwachungskameras und fiktive Zeugenaussagen aus. Mitten in der Stadt erscheint ihnen der Zugriff zu riskant. Mittlerweile wissen sie, wer die Täter sind und vermuten, dass sie zu ihrem Wohnort fahren. Die Zentrale schickt ein MEK-Team hin. Jetzt hängt alles davon ab, welche Strategie sich die Kollegen in der Rolle der Bankräuber ausdenken. Und tatsächlich, die vermeintlichen Schurken sind nach Hause gefahren. Um die Ecke hat sich das MEK postiert. In der Übung zumindest klappt alles wie am Schnürchen. Zugriff aufs Fahrzeug ist freigegeben von mir. Und Action. Im Tatort ist immer der Kommissar als erster vor Ort. Im wirklichen Leben müssen MEK und SEK die Kohlen aus dem Feuer holen. Sie riskieren viel, aber sie brennen auch für diesen Job. Wenn Spezialeinheit bei einem Mitarbeiter die Leidenschaft entfacht, dann kann man sich da ganz schwer nur noch von los sagen. Und das ist bei mir so gewesen. Also ich habe hier tolle Fälle gehabt mit tollen Kollegen, viel Abenteuer, Adrenalin, Zugriffe. Ich bin immer noch fasziniert davon, wenn ich in Übungseinheiten sozusagen Störer bin. Weil Spezialeinheit wirkt einfach mit ihrer Taktik und ihren Zugriffsmöglichkeiten. Ja, und ich wollte eigentlich Mitarbeiterin sein. Und dann hat das irgendwie so seinen Lauf genommen. Der nächste Tag. Die Frau mit dem Codenamen Berti ist wieder in der Realität angekommen. Ein Kollege weist sie in einen neuen Fall ein. Morgen soll es früh losgehen. Und seine Vita zeigt, dass wir schon einige Straftaten haben im Zusammenhang mit Schusswaffen, räuberischer Erpressung. Die unser Einschreiten dann, glaube ich, erforderlich machen. Der hat ja ein bisschen mehr auf dem Zettel, ne? Genau, wir sind roundabout bei 27 Straftaten. So, wie alt ist er? Was ist das? Der Mensch ist 20 Jahre alt. Wie sieht es aus mit dem Wohnhaus, Hauseingangstür, Wohnungseingangstür? Wir kommen so rein, das wurde auch schon getestet. In der Wohnung erwarten uns drei bis vier Personen. Unter anderem auch einen Hund. Was für ein Hund? Größe? Das ist ein Schäferungen. Okay. Wir versuchen unsere Taktik genau so zu wählen, dass das Risiko für alle Beteiligten, auch für die Zielperson, am geringsten ist. Und das ist der Professionalisierungsgrad und das ist auch der Job der Spezialeinheit, die Gefahren so gering wie möglich zu halten. Punkt 5 Uhr morgens trifft sich die Gruppe auf dem Hof einer Polizeiwache im Hamburger Vorort Neuwiegenthal. Hier sind sie vor neugierigen Blicken geschützt. Das SEK soll eine Wohnung öffnen und den Verdächtigen samt Schäferhund außer Gefecht setzen. Der Mann hat vermutlich mehrere Raubüberfälle begangen. Man konzentriert sich jetzt schon. Im Moment ist ja alles entspannt. Wir wissen ja so ungefähr, was kommt. Und ein bisschen Aufregung ist auch dabei, aber das hält sich in Grenzen. Auch wenn es sich um einen eher alltäglichen Einsatz handelt, darf keine Routine entstehen. Denn die kann schnell zu Nachlässigkeiten führen. Und das ist gefährlich. Denn sie wissen nie, wie sich die Aktion entwickelt. Zwei SEK-Beamte in Zivil sind schon vor der Wohnung und observieren den Einsatzort. Die Gruppe nähert sich dem Haus auf Umwegen, gefolgt von den Kripo-Kollegen. Der Mann soll sich noch in der Wohnung aufhalten. Die Reihenfolge, in der das SEK aufmarschiert, ist genau festgelegt, aber nie gleich. Die Kommandoführerin wird draußen bleiben und steht mit der Kripo in Kontakt. Die acht Kripo-Kollegen halten gebührenden Abstand von der Zielwohnung. Sie liegt im zweiten Stock des Mietshauses. Jetzt muss das SEK möglichst geräuschlos und schnell die Wohnungstür erreichen. Das martialische Auftreten der Polizisten gehört zum Konzept, soll einschüchtern. Wieder Rauch, der jetzt aus der Wohnung zieht. Er stammt von einem Knallkörper, der für Schrecksekunden sorgt. Sekunden, in denen die Truppe den Gewalttäter überrumpeln will. Noch hat Alexandra Klein kein grünes Licht für die Kripo bekommen. Ihre Leute müssen erst sicherstellen, dass niemand bewaffnet ist. Schließlich ist der Verdächtige nicht allein in der Wohnung. Das ist das Signal für die Kripo-Leute. Das Objekt ist sicher. Die Kollegen haben einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung in der Tasche. Sie vermuten dort Waffen und Beweismittel für mehrere Raubüberfälle. Die Chefin meldet ihrer Dienststelle, dass alles in Ordnung ist und niemand angegriffen wurde. Auch nicht vom Hund des Verdächtigen. Wie viele Einsätze dieser Art jährlich stattfinden, darüber gibt die Polizei keine Auskunft. Wir erfahren nur, dass ihre Anzahl ständig steigt. Ist es auch schon vorgekommen, dass SEK-Leute in die falsche Wohnung gestürmt sind? Das passiert ganz, ganz selten. Weil das gehört zu unserer Aufgabe dazu, sich darüber im Klaren zu sein, in welche Wohnung ich gehe. Nun ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ein geplanter Einsatz. Da haben wir einfach mehr Zeit. Dann gibt es natürlich Einsätze, wo wir sofort in die Wohnung müssen. Dann wissen wir in der Regel auch, welche Wohnung es ist, weil aus dieser Wohnung heraus agiert wird. Es kann mal passieren, dass man in die falsche Wohnung geht, aber schön ist in der Tat was anderes. Was macht ihr denn dann? Musst du dann neben den Blumenstrauß? Also eine Entschuldigung ist schon das Mindeste, was man dann macht. Denn das ist für diejenigen, die in der Wohnung sind, schon beeindruckend. Also insbesondere, wenn es dann auch die Falschen sind, dann wissen sie von gar nichts. Sie sind noch nicht mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Also warum soll Polizei jetzt reinkommen und dann auf diese Art und Weise? Doch, also wir entschuldigen uns sofort nach dem Einsatz, suchen aber auch das Gespräch hinterher nochmal. Machen das dann auch über die Pressestelle. Und Blumen ist schon Minimum, ja. Vier Wochen später begleiten wir die Kommandoführerin zum Ausbildungstraining der Neuen. Sie will sich einen Überblick verschaffen, wie sich die Gruppe entwickelt hat. Vor dem Höhentraining haben alle Respekt. Einige hängen zum ersten Mal an der 20 Meter hohen Kletterwand. Sie müssen erst lernen, die Angst zu überwinden. Sie sind ja jetzt noch gesichert. Im Echtfall machen sie es komplett ohne Sicherung. Und dann kommen noch andere Komponenten dazu. Dann kommen noch die äußeren Einflüsse. Dann kommt das Täterklientel dazu. Also da wird schon einiges abverlangt. Und dann muss der Handgriff sitzen. Und deshalb ist ja dieses kontinuierliche, konzentrierte, wiederholende Training so wichtig. Würde sie jetzt gern mitmachen? Ja, Lust hätte ich schon. Für die Neuen ist die 20-Meter-Band in der Trainingshalle erst der Anfang. Noch viele Male werden sie solche Übungen machen, bevor sie für den Einsatz fit sind. Noch während der Ausbildung müssen sich die SEK-Anwärter auch von Helikoptern oder Türmen abseilen. Wer das nicht durchhält, der muss gehen. Aber für so manchen in der Gruppe liegt in solchen Herausforderungen vermutlich auch der Reiz. Mir hat das immer Spaß gemacht. Also ich habe aber Respekt davor, wenn es jemandem nicht so viel Spaß macht oder wenn er sich erstmal an die Höhe gewöhnen muss. Und dann sollte man sie auch nicht in ihrer Konzentration stören. Das ist schon ein ganz wichtiger Faktor. Und schon wartet die nächste Herausforderung. Fast Roping, das schnelle Abseilen. Dabei ist jetzt, wie im Ernstfall, keiner der Kandidaten gesichert. Wer bestehen will, braucht gute Nerven. 22 Wochen stehen die Kandidaten unter Dauerstress. Jeder Handgriff wird überprüft und mit Kritik nicht gespart. Auch bei dieser Übung versucht Ausbildungsleiter Holger Thimm, den Polizisten beizubringen, wie sie ihre Kräfte gezielt einsetzen. Die Messlatte im Training ist hoch, meint er. Die Spezialeinsatzkommandos müssen, sag ich mal, vorbereitet sein, nicht nur auf eindringende Objekte, sondern es gibt Spezialisierungen in dem Bereich geiselnahme Luft als Beispiel oder maritime Bedrohungsslagen. Die müssen wir lösen. Und dieser Satz soll nicht arrogant klingen, aber nach uns kommt nichts mehr. Am nächsten Morgen dann der Ernstfall. Die Gruppe soll heute ein Fitnessstudio stürmen. Die Polizei hat einen Hinweis bekommen, dass bei einer Schlägerei in der Muckibude ein Mann mit einer Pistole bedroht wurde. Das Sportstudio liegt in einem Büroviertel. Morgens um sieben ist hier so gut wie niemand unterwegs. Weil der Eingang zum Gebäude verglast ist, kann sich das SEK nicht nähern, ohne von drinnen gesehen zu werden. Die Polizisten schlagen kurzerhand eine Scheibe ein. Doch drinnen bleibt alles ruhig. Alexandra Klein kommt aus ihrer Deckung. Laut Polizei ist einer der Betreiber des Clubs vorbestraft, saß schon im Knast und soll im Rotlichtmilieu aktiv gewesen sein. Aber der Mann ist nicht da. Und eine Waffe finden die Polizisten auch nicht. Dennoch werden den überraschten Mitarbeitern des Sportstudios Handschellen angelegt. Sie werden jetzt von Kripobeamten durchsucht und vernommen. Hinweise auf eine Waffe können auch sie nicht liefern. Möglicherweise gibt es auch keine Waffe. Und das alles war nur eine Finte aus dem Milieu, um einem Konkurrenten zu schaden. Auch so können Einsätze enden. Die Polizisten der Spezialeinheit müssen auf alles gefasst sein. Auf Flops genauso wie auf tägliche Angriffe. Und wenn sie es nicht schaffen, Gewalttäter unter Kontrolle zu bekommen, wer schafft es dann? Und wenn sie nicht machen, wer schafft es dann, wer schafft es dann, wer schafft es dann, wer schafft es dann.